Drei Tipps für mehr Hörbuchverkäufe. Wenn du Hörbücher machst für Audible, dann willst du logischerweise, dass die sich lohnen. Und ich werde dir hier, wie gesagt, einmal die drei besten Tipps geben, wie du aus deinen Hörbüchern hier am meisten rausholen kannst. Und wir fangen direkt an. Du musst unbedingt ein Genre wählen, welches sich lohnt. Das heißt, achte darauf, dass dein Buch zum Beispiel Teil ist von Ratgebern. Achte darauf, dass das ein Roman ist, Science Fiction, irgendwas mit Entertainment. Es gibt zwei Dinge, die verkaufen sich bei Audible sehr, sehr, sehr gut. Und das ist auf der einen Seite Entertainment und auf der anderen Seite Information. Das heißt, Genres, wie gesagt, was könnte dazu zählen? Zum Beispiel Ratgeber, wie gesagt. Oder Romane, vor allem auch Liebesromane. Lohnen sich unglaublich. Also ihr glaubt gar nicht, was für ein großes Publikum es da gibt. Gerade auch bei diesen Romanen. Und sei es hier auch, wie gesagt, Liebesromane oder auch Sci-Fi. Ja, Science Fiction. Auch super, super krass. So. Jetzt haben wir hier das Genre. Und der zweite Tipp, der ist richtig krass. Ja, und der hat dafür gesorgt, dass eines meiner Hörbücher wirklich in den Top Ten Bestsellern war. Bei Audible. Deutschlandweit. Ja, und das ist eine sehr lange Zeit. Also wirklich monatelang. Wir waren auf der Homepage. Wir waren in den E-Mail-Newslettern von Audible. Wir haben dieses Hörbuch paar hundert Mal verkauft am Tag. Ja, das musst du dir mal überlegen. So, was ist dieser Tipp? Patrick, sag es uns. Das mache ich. Der zweite Tipp. Ja, warte mal, dann kann ich das hier ja schön nummerieren einmal. So, der zweite Tipp ist ein Set anbieten. Ja. Ja, das heißt, wenn du ein Hörbuch hast, ja, und du hast eine Reihe draus gemacht. Also es gibt ja viele Autoren, die haben jetzt zum Beispiel jetzt ein Buch, da gibt es einen Teil 1, einen Teil 2, einen Teil 3. Dann musst du die Teile zusammenfassen. Ja, zusammenfassen. So. Das heißt, es gibt dann später zum Beispiel ein 3 in 1 Buch. 3 in 1 Buch. Und dann verkaufen die sich wie warme Brötchen. Also es ist wirklich super, super krass. Die haben sich besser verkauft, diese 3 in 1 Bücher, als die einzelnen Bücher zusammen. Nicht, weil wir das Buch plötzlich rausgebracht haben, weil die Verkäufe von den einzelnen Büchern sind gleich geblieben. Sondern, weil es dieses Buch plötzlich gab und du schöpfst etwas, einen Wert, aus etwas, was es schon gibt. Das heißt, das ist ein neues Hörbuch, für das du gar nichts machen musstest. Also das ist wirklich der heftigste Tipp, den ich dir hier geben kann. Geil, oder? Ich kann sogar hier in grün schreiben, wusste ich auch nicht. Auf jeden Fall, 3 in 1 Buch. Ja, richtig, richtig krass. Set anbieten. So. Jetzt haben wir das Genre. Achte darauf, dass es geil ist. Wir haben ein Set angeboten. Das heißt, wir fassen Bücher zusammen. Du kannst dann quasi ein neues Cover erstellen und dann wird das neu hochgeladen. Und der dritte Tipp ist, so ein bisschen Marketing. Und ich rede hier gerade eben von der absoluten Light-Edition. Was genau meine ich damit? Es gibt ja quasi Hörbücher, wie zum Beispiel hier Romane, Science-Fiction-Ratgeber. Angenommen, das ist jetzt ein Mama-Ratgeber. Kindererziehung für pubertäre Kinder oder so. Ja, dann gibt es garantiert, garantiert Facebook-Gruppen genau zu dem Thema. Das Puppertier oder so. Gibt es garantiert Facebook-Gruppen. Ja, dann kannst du da reingehen und postest das dann da rein. Hey, ich dachte, das könnte für den einen oder anderen vielleicht interessant sein. Und schickst das dann da rein. Dafür gibt es auch spezielle Links, mit denen du pro Kauf, wenn die dann Audible-Kunde werden, 50 Euro bekommst von Audible. Wenn du dir das aufteilst, kriegt natürlich jeder 25 Euro. Also der Autor und der Sprecher. Da gibt es extra Links für. Erklären wir alles bei uns im Training. So, und dasselbe gibt es jetzt logischerweise auch bei Instagram. Das heißt, angenommen, du machst jetzt vor allem viele Bücher über Kindererziehung. Dann machst du jetzt einen Instagram-Channel auf, der nennt sich Kindererziehung leicht gemacht oder so. Und folgst den ganzen Mammis. Ja, so machst du dann wirklich Hashtag Mama und machst dann ganz viele solche Posts. Ja, und irgendwann kannst du die Dinger dann immer wieder posten. Und die ganzen Mammis kaufen das dann. Dann machst du so ein paar Mama-Memes, wenn dein kleiner Adel zum ersten Mal von der Schule heimkommt. Toller Moment, irgendwie sowas. Also es funktioniert halt einfach. Also wir haben auch einige Teilnehmer, die haben zum Beispiel Seiten gemacht für Autoren auf Facebook. Also Facebook-Gruppen. Oder die haben Facebook-Gruppen gemacht zu ganz bestimmten Themen. Instagram geht das genauso. Mach eine Instagram-Seite. Das lohnt sich aber wirklich erst, so eine Seite zu machen, wenn du mehrere Bücher hast von einem Genre. Nur weil du jetzt ein Hörbuch hast, würde ich das jetzt nicht machen. Aber auch da kannst du Posts machen mit Hashtags. Das heißt, du kannst ein Hashtag machen. Hashtag Mama-Life. Hashtag, keine Ahnung, ich habe keine Kinder und ich bin auch keine Mama. Aber ich denke, man kann sich vorstellen, was ich meine. So, Marketing-Lite. Schickt das Ding in Facebook-Gruppen, postet das in irgendwelche Foren. Ja, aber immer, und das ist ganz wichtig, immer mit dem Frame. Nicht, hey, ich habe ein Hörbuch gemacht. Hier, bitteschön, kauft das Hörbuch. Sondern immer mit dem Frame. Mental Frame heißt Rahmen. Immer mit dem Frame, hey, ich habe dabei an euch gedacht. Könnte ja interessant sein für euch. Ja, genau das ist nämlich der Punkt. Ja, und das hier sind diese drei Tipps, wie auch du mehr Hörbuchverkäufe bekommen wirst. Ja, wähle das richtige Genre. Biete unbedingt ein Set an. Das ist einer der heftigsten Tipps, die ich dir geben kann. Und, aber dafür brauchst du erstmal mehrere Hörbücher und die müssen auch schon gut laufen. Wie du da dran kommst, www.goldenboyserkennedy.de, trag dich ein. Und, machst du ein bisschen Marketing dafür. Ja, die meisten Bücher, die schon richtig, richtig gut laufen, laufen dadurch dann noch besser. Ja, das heißt, nimm einfach den Audible-Link, post den da rein und dann geht es richtig ab. Okay.